Guten Tag! Da soll man sagen, alt und jung gesellt sich nicht gern. Links ein 65er oder 64er-Halt, Ford Mustang und rechts etwas sehr Neues. Bekanntermaßen bin ich ein großer Porsche Fan, aber das ist ein Auto, das mich vor allen Dingen im Preis-Leistungs-Bereich mehr als entzückt. Wir stehen hier vor einem doch recht seltenen 2015er Chevrolet Corvette Z06. Die Z06 ist die Rennstrecken-Variante der Corvette, momentan abgesehen von der limitierten C.7R auf die teuerste Variante sich einem Corvette zuzulegen. 650 PS, Eaton Supercharger, 6,2 Liter, natürlich V8, noch kein Downsizing in Sicht für die Corvette, aber wer weiß. Eine wunderschöne Farbwahl, sehr sportlich, sehr tiefliegend. Da ist nicht viel Abstand mehr zwischen Boden und Fahrer. Fruchtige 20 Zoll Z06 Felgen. Hier mit dem Z07 Performance Paket, Bestandteil unter anderem ist ein Keramik, sind die Keramikbremsen von Brembo, sehr teuer. Auch das Carbon Paket, außen und innen das kleine, machen das Auto leichter. Weitere Option, Carbon Targa-Dach. Ja, wunderschön, das Fahrzeug ist auch nur ein Targa-Dach. Das Hinterteil lässt, glaube ich, jeden Auge keinen wirklich entzücken. Das ist eine ganz tolle Option. Z06 Spoiler. Hier ist das Rauchs, den Sie jetzt nicht mehr hören können. Vierfachausbruch, Sporlausbruch wohlgemerkt. Der Spoiler ist höhenverstellbar. Schauen wir kurz in den Kofferraum, wenn man das so nennen kann. Der Kofferraum öffnet sich so. Das ist auch ein wunderschönes, komplettes Fahrzeug, wie man sehen kann. Mit Car-Cover, mit allen Unterlagen, ein Vorbesitzer. Das Fahrzeug ist von einem Chevrolet-Händler, hat 5000 Meilen. Ein Unfallfrei erfolgreich vorinspiziert. Hier noch ein Sonnenrollo. Und hier passt dann auch genau das Targa-Dach rein. Wenn man es rauskommt. Also, natürlich darf man dann kein Gepäck haben. Aber ich denke, die Gepäckfrage stellt sich nicht so wirklich für den versierten Z06 Fahrer. Hier ist eine sehr gelungene Optik. Hier nochmal. Z06 oder Z06. Supercharged. Das Fahrzeug ist 3LZ. Das ist die höchste Ausstattungsvariante. 1, 2 und 3LZ. Da hat so gesehen mehrere Dinge serienmäßig. Setzen wir uns mal rein und schauen uns das mal an. Man kann sehen hier das Head-Up-Display. Das zeigt dann während der Fahrt, im Moment zeigt es den Gang an, Park und die Geschwindigkeit von 0. Und zeigt dann noch mehr an während der Fahrt. Wie gesagt, Fahrzeug komplett mit Windows-Sticker. Allen Unterlagen. Serienmäßig Magnetic Selective Ride Control. Das ist ein Sportfahrwerk. Schön auch hier. Abgeflachtes Lenkrad. Mit Carbon in. Großes Radio Sound System. Mit allem was man heutzutage braucht. Bluetooth, USB, Speech Control. Hier leider, das XM Radio läuft ja nicht in Europa. Fahrzeug hat ventilierbare Memory Sitze. Ein zweites Display in der Mitte. Das Fahrzeug hat auch eine, wie nennt man das, schließen wir nochmal die Tür. Dann nehmen wir nochmal den Sound. Da sieht man die Umdrehung pro Minute. Da stellt sich das Head-Up-Display ein. Hier das Carbon da von unten. Also viele Carbon- und Alcantara-Elemente im Fahrzeug. Schaltung. Achtgang. Die neue Achtgang eingeführt in 2015. Ist glaube ich von ZF mitentwickelt worden. Die bessere Variante meiner Meinung nach für den ungeübten Sportwagenfahrer. All das kann man selber ausgeteilt und verschalten. Hier auch nochmal der Sticker. Die Memory Sitze haben wir, das Carbon-Paket haben wir erwähnt. Das Fahrzeug kommt in Shark Ray. Schauen wir mal raus. Und werfen noch einen kurzen Blick auf den Motor. Motorraum ist auch Carbon. Zu Gewichterleichterung. Und hier haben wir den LT4. Mit Supercharger. Wie erwähnt, 650 PS. Da wollen wir uns Gas drücken. Da hört man sowohl den V8 als auch den V8. Tolle Geschichte. Was ich vorher noch vergessen habe, ein kleines nettes Detail. Hinter dem Bildschirm ist ein kleines Geheimfach. Da kann man dann was auch immer verstecken. Wirklich nett. Ja, ein wunderschönes Fahrzeug. Ein sehr schnelles Fahrzeug. Das Fahrzeug geht in die Schweiz. Der Neulistenpreis war 110.000 Dollar. Für den jungen Gebrauchten musste man etwas weniger ausgeben. Auf Anfrage suchen wir ihn. Lieber Schweizer Kunde, jederzeit was Neues. Unserem Schweizer Käufer wünschen wir, das Team von Schone Autobohrkost in Fort Lauderdale, Florida. Allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit dieser Z06. Da wir uns jetzt ja hier schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Dort wird es im Container verpackt. Fachgerecht und sicher. Und der Container geht dann nach Miami. Drei Geschäftstage im Zoll. Von Miami nach Bremerhaven. Von Bremerhaven mit T1 Parkieren zum Umrüster in die Schweiz. Und dort beim Umrüster holt dann unser Kunde sein Fahrzeug mit MFK zulassungsbereit ab. Und geht dann auf Serpentinen Strecke, um uns mitzuteilen, wie toll das Fahrzeug fährt. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank.